Er ist gesandt, der voll göttlicher Natur war. Er ist ein wahrer Gott und ein wahrer Mensch. Jesus ist die Vollheit der Gnade. In der Person Jesus begegnen wir der Fülle der Gnade. Wir lesen im Johannes 1. Kapitel Vers 16, Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Diese Quelle der Gnade und die Gerechtigkeit Gottes ist die Quelle der Gnade und der Gerechtigkeit Gottes ist in uns offen. Diese Gnade, diese Quelle wurde zuerst geöffnet, als Jesus' Seite geöffnet wurde durch die Lanze des Soldaten. Jetzt schaut euch dieses Bild vom barmherzigen Jesus an. Aus seinem Herzen kommen zwei Strahlen, das Blut und das Wasser. Dieses Blut und dieses Wasser ist die Quelle der Gnade. Aber es ist nicht einfach so gekommen. Diese Gnade ist geflossen, nachdem er gelitten hatte. Nach seinem Leiden. Die Gerechtigkeit Gottes also, die wir durch seine Gnade empfangen, die empfangen wir durch das Leiden Jesu. Warum hat Jesus denn in Gethsemane so gelitten? Was war der Schmerz, den er da getragen hat? Er litt darunter, dass Gott der Vater alle Sünden auf Jesus geladen hatte. Glaubt ihr, dass auch eure Sünde von heute, die auch darin enthalten war, in dieser Würde, die Jesus damals tragen musste? Seid ihr davon überzeugt? Unsere Sünden und auch die Sünden derer, die uns folgen werden als nachfolgende Generationen, alles Sünden der gesamten Menschheit aller Zeit. Ganz oft beten wir Lamm Gottes, dass ihn wegnimmt die Sünde der Welt. Glaubt ihr, dass Jesus alle Sünden schon weggenommen hat? Glaubt ihr das? Ja. Das ist der Glaube, durch den unsere Sünden von Gott von uns weggenommen sind. Wenn wir daran fest glauben, dann empfangen wir auch die Gnade, die aus diesem Opfer hervorgeht. Das ist was St. Paul sagt, nicht durch die Ersendung, es zu beurteilen. Vielen Dank.